Ich lerne Deutsch. Nummer 12639 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Trotz meines Handicaps habe ich diesen Teil des Rennens gewonnen. Ich bin so glücklich. Trotz meines Handicaps habe ich diesen Teil des Rennens gewonnen. Motivation ist der Schlüssel zur Überwindung von Hindernissen. Schau nach vorne und bleibe motiviert. Motivation ist der Schlüssel zur Überwindung von Hindernissen. Schau nach vorne und bleibe motiviert. Schach ist ein beliebtes Spiel, das in vielen Ländern der Welt gespielt wird. Schach ist ein beliebtes Spiel, das in vielen Ländern der Welt gespielt wird. Ich erwarte nur das Beste von diesem Tag. Die Arbeit ist sehr schwierig, macht aber gleichzeitig Spaß. Über diese Frage muss ich ernsthaft nachdenken. Über diese Frage muss ich ernsthaft nachdenken. Über diese Frage muss ich ernsthaft nachdenken. Bisher habe ich noch keine Lösung gefunden. Wir machen Sie schnell wieder gesund. Sie müssen nur ein paar Regeln beachten. Stecken Sie einfach Ihre Kreditkarte in den Schlitz und geben Sie Ihre PIN ein. Vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Dann gib uns bitte ein wenig raus, oder los? Wir machen Sie einfach so, dass Sie auf einer Angelegenheit gehalten. Vielen Dank.